Der Drehbuchautor Der Drehbuchautor Der Drehbuchautor Der Drehbuchautor Der Drehbuchautor Sie will Dick von Dighton Nein? Nein! Banks House sieht anders aus! Alles falsch! Es ist alles falsch? Super Carly, Fragilistik, S.B.A. Wie geht es? Stop! Mary Poppins steht nicht zum Verkauf! Sie wird keines ihrer albernen Cartoons! Sagt die Frau, die eine fliegende Nanny mit sprechendem Schirm Kinder retten ließ! Sie denken Mary Poppins Absicht wäre die Kinder zu retten! Oh je! Mrs. Travis, was entgeht mir hier? Was muss ich noch anstellen, um Sie glücklich zu machen? Sie waren noch nie in Disneyland, dem glücklichsten Ort der Welt! Nein, 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 bitte! Wann kommt schon jemand nach Disneyland mit Walt Disney persönlich? Da ist er! Woher kamen Sie eigentlich? Mary Poppins und die Banks sind Familie für mich! Mary Poppins gab es wirklich? Es sind nicht die Kinder, die Sie retten will! Es ist Ihr Vater! Es ist Ihr Vater! Sie haben keine Ahnung, was sie mir bedeutet! Ich werde Sie nicht enttäuschen! Ich schwöre, dass jeder, der das Filmtheater betritt, seine Freude haben wird! Wollen Sie Ihre Geschichte nicht zu Ende erzählen? Die Jungs haben eine Idee und die wird Ihnen gefallen! Und um mir das zu sagen, nutzen Sie mich heraus? Nein, ich habe gewettet, dass ich schaffe, Sie aufs Karussell zu kriegen! Ich habe 20 Dollar gewonnen! Ja! Ich habe 20 Dollar gewonnen!